Wo ist er denn hier? Jetzt auf den Film, da Mensch! Sagen Sie mal, können Sie mal die Karte rausmachen? Nee, mach ich nicht. Er wehrt sich hier gegen uns, nicht anders. Trotzdem, das weiß ich nicht. Fian, bleib bei mir. Fian, bleib bei mir. Warte. Das ist mein Handy, ich kann damit machen, was ich möchte. Doch, das kann ich. Das ist egal. Das sollte man nicht sehen. Ach so. Das kann ich mir nicht mit ansehen, ne? Wollen Sie es jetzt ins Netz gehen? Nein, natürlich nicht. Aber das kann nicht sein, ja? Das ist ein Junge, das kann doch nicht wahr sein. Sie sind doch auch Menschen. Ja, wirklich. Ich weiß doch, es ist mir egal. Das ist egal, ich bin gleich dran. Mein Gefühl, ich soll jetzt gehen. Das ist nicht normal. Dieser Mann hat Probleme. Geh runter! Trotz würde er das niemals machen. Legt sich auf den Boden, Mann! Warte, ich weiß nicht. Das kann ich nicht. Bleiben Sie doch ruhig. Geh auf den Boden! Ja, wir gehen dran. Das ist doch nicht normal. Was tun Sie ihn an? Er macht doch nichts! Er macht doch nichts! Was tut ihr ihn an? Leute, bleibt doch mal locker. Was tut ihr ihn an? Mann, er weint doch! Er ist schlanker, aber das ist 15 Jahre alt. Das gibt es doch nicht. Er ist 15 Jahre alt. Bleibt doch entspannt! Er kriegt keine Luft! Er kriegt keine Luft! Er kriegt keine Luft, Leute! Was tut ihr ihn an? Nein, da gehen wir nicht. Entspannt euch! Was hat er getan? Aber ich bin ein Mensch. Es interessiert mich, was dieser Zuständige getan hat. Er hat keine Waffe in der Hand. Er trägt keine Waffe! Ich bin doch hier seit 5 Minuten! Er tut nichts! Ja, wir gehen nach Hause, Mama. Wir gehen jetzt nach Hause, mein Schatz. Sie hören jetzt auf zu filmen, sonst ist das Handy nicht weg. Nee, das Handy kommt nicht weg. Das ist mein Handy, das ist mein Recht zu filmen. Nein,ables auge, ist jetzt. Oh, danke! Ich geh da, denn es glaube ich soll aktiviert werden schü Webb- Es gleich starten natürlich! Sehr wo istüllendissa? Ja, ich schahr sie erst bei euch. Geistens bulte mal. Untertitelmann da schuld, so ist es. Eine Grange für es gibt. Untertitelmann und hier. Ja, jetzt geht hoch! Ich gehe mir schon erst zum Euro-ımaAL, Jesus varianten, Vielen Dank.